Wenn ich eine Prozedur definiert habe, kann ich sie auch aufrufen. Prozeduraufruf ist dabei der Aufruf eines in einer Prozedur selbst definierten Befehls. Der Prozeduraufruf erfolgt folgendermaßen, dass ich den Prozedurnamen, also den Bezeichner, angebe, dann die runde Klammer auf, die runde Klammer zu und das Semikolon. Ein Prozeduraufruf ist eine Anweisung. Deswegen erweitern wir hier das Syntaxdiagramm der Anweisung um genau die Möglichkeit eines Prozeduraufrufs. Wenn eine Prozedur aufgerufen wird, das heißt die Semantik, wird die Anweisungssequenz des Prozedurrumpfes ausgeführt.